Herzlich Willkommen zu unserem Informationswebinar Notfallmanager Familienverbund, ein Kurs der Jura Direktakademie mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation. Mein Name ist Jürgen Zirbig, Leiter der Jura Direktakademie, Generationenberater IHK, Testamentsvollstrecker, Trainer, Coach und Berater. Wir wollen uns mit dem Thema Konzeptberatung auseinandersetzen, so ein ganz wichtiger Punkt, der aus unserer Sicht die Beratersituation revolutionieren wird. Konzeptberatung erhöht Ihren Umsatz pro Kunde, Ihre Verträge pro Kunde, also die Vertragsdichte, Ihr Image und Empfehlungen des Beraters und für den Berater. Daraus entsteht unser Vorsorge-Dreieck. Das Thema Finanzen decken Sie schon sehr gut ab. Dazu kommt das Thema Recht und jetzt ganz neu das Thema Notfallmanagement. Der Beraterservice steigt, der Kunde ist rundum versorgt. Wichtig dabei ist immer das Ziel im Auge zu behalten und die Zielgruppe natürlich auch. Das ist der Familienverbund. Und über unser Vorsorge-Dreieck und die Konzepteberatung wird die Selbstbestimmung in der Familie über unsere drei wichtigen Vorsorgepunkte und Themen Finanzen, Recht und Notfall gewährleistet. Das Kernziel ist, Angehörige zu entlasten und Streit zu vermeiden. Und zwar insbesondere dann, wenn Situationen auftreten wie Krankheit, Unfall oder Erbfall. Im Finanzbereich sind Sie gut unterwegs. Das ist Ihr Profigeschäft. Vermögensvorsorge, Risikoabsicherungen, das alles erledigen Sie auf beste Weise. Instrument dazu ist der Notverkaufsplan, um genau unsere Ziele zu erreichen, nämlich Angehörige zu entlasten und Streit zu vermeiden. Wenn denn der Fall der Fälle eintritt, ist so ein Notverkaufsplan als Instrument ganz wichtig. Darin ist festgehalten, welche Vorsorgeverträge aufgelöst werden können, welches Vermögen wofür verwendet werden kann und so weiter und so fort. Im Bereich der Recht geht es immer um das Thema Vorsorge, Vollmacht, Testament. Hier ist eines der wichtigen Instrumente der Notfallleitfaden. Der Notfallleitfaden klärt die Bevollmächtigten auf, welche Aufgaben Sie haben, wo Sie Hilfe bekommen und wo Unterstützung zu erwarten ist. Notfall, das ganz neue Instrument, das unser Dreieck ergänzt. Da geht es um aktives Notfallmanagement. Dazu ein digitaler Notfallordner, eine Notfall-App. Also natürlich, wir haben 2018 deswegen auch moderne Instrumente, die schnell aktualisierbar, schnell ausfüllbar sind und so weiter. Dazu etwas Einmaliges, nämlich eine bewährte Notfall-Hotline. Die Notfall-Hotline, das merken wir in der Praxis bei Jura Direkt, ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Wir haben hier monatlich zwischen 50 und 70 Fälle, die wir begleiten. Hier ein Beispiel dazu. Eine Kundin schreibt uns, mittlerweile habe ich ja nun einige Erfahrungen mit Behörden und Krankenkassen, Ämtern und diversen Versicherungen gemacht. Sehr unterschiedlicher Natur. Als Mama im Herbst 2014 bei mir unseren Versicherungsmakler in Basumsatz und die Papiere fertig gemacht haben, dachte ich nur, boah, das ist jetzt mal ganz schön viel Geld, was die da haben wollen. Heute bin ich sehr froh, dass Mama sich für ihre Dienstleistung entschieden hat. Jedes Mal wurde ich sofort und kompetent beraten und mir wirklich weiter geholfen. Weiter so. Und damit Sie so einen Eindruck bekommen, was dahinter steckt hinter so einer Notfall-Hotline, die kleine Ablauf-Geschichte genau dieses Falles. Im Herbst 2014, der Versicherungsmakler empfiehlt der Familie, das Thema Vollmachten über Jura Direkt erledigen zu lassen. 8.2017, die Kundin meldet sich schriftlich und wünscht aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen den Versand der Vollmacht an die Bevollmächtigte. Zusätzliches Telefonat wurde dazu geführt. Hier unten geht es also los. Weiter hier, auch noch August, am 2. Versand der Originalvollmachten bei Einschreiben an die Bevollmächtigte. Ebenfalls weiter hier, immer noch am 2. Telefonat mit der Bevollmächtigten. Die Mutter hat Demenz und der Arzt wollte die offizielle Betreuung anregen. Zu Hause herrscht Chaos und zwar finanziell wie auch persönlich. Das hier ein ganz wichtiger Punkt, finanziell wie auch persönlich. Das heißt, hier greifen all die Elemente der entsprechenden Vorsorge, nämlich Finanzen, Recht und Notfallmanagement. Weiter geht es immer noch am 2.8. Änderung der Postadresse für die Bevollmächtigte. Am 7.8. dann etwas weiter oben hier im Verlauf. Die Bevollmächtigte bestätigt schriftlich die Diagnose des Arztes. Von August 2017, also in diesem Bereich, August 2017, bis in den März 2018, Februar 2018, die Bevollmächtigte kümmert sich um die pflegebedürftige Mutter und setzt die Vollmacht bei Versicherungen, Behörden, Ämtern, Krankenkassen ein. Laufende Unterstützung des Serviceteams, immer wieder Telefonate bei Rückfragen zu Tipps und zu Vorgehensweisen im Notfall. Das Feedback dazu ist Ihnen bekannt. Die Geschichte Notfallmanager hat jetzt einen eigenen Stellenwert im Rahmen dieses Notfall- oder Vorsorge-Dreiecks. Wir gehen davon aus, dass Sie konzeptionell beraten möchten oder dies schon tun und dass Sie mit Beraterservice glänzen. Dann lässt sich das Thema Notfallmanagement sehr gut als Honorarberatung in Ihr Portfolio ergänzen. Über einen digitalen Notfallordner, über eine Notfall-App, nochmals 2018 moderne Werkzeuge sind angesagt und über eine gut funktionierende und perfekt professionelle Notfall-Hotline. Das ist ein einmaliges Angebot. Das müssen Sie gar nicht selbst bestreiten. Das übernimmt der Dienstleister die Jura direkt. Spannend auch an der Stelle, dass wir ein zusätzliches Honorarkonzept entwickeln. An einem Tag bilden wir Sie zum Moderator von Workshops aus. Dahin laden Sie meistens jedenfalls Selbstständige oder Unternehmer ein und begleiten diese beim Ausfüllen des Notfallordners, des digitalen und der Notfall-App. Das Ganze dauert dann etwa zwei Stunden. Dann hat der Unternehmer, der Selbstständige oder auch der andere Kunde, der Privatkunde, der das wünscht, diese Geschichte erledigt. Das ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Denn ich schiebe es vor mir her, Sie kennen das, ist ja eines der Dinge, die hier sehr stark greifen. Daraus entwickelt sich natürlich dann auch das Thema Cross-Selling in andere Produkte. Aber allein schon über diese Workshops können Sie ganz guten Zusatzumsatz erzielen. Für so ein Rechenbeispiel vielleicht, Sie verlangen 250 Euro für eine Teilnahme und laden dazu entsprechend ein. Acht bis zehn Teilnehmer haben Sie dann. Und jetzt können Sie natürlich auch gerne ausrechnen, was das für Sie in diesen zwei bis zweieinhalb Stunden vielleicht bedeutet. Die Ziele dieses Kurses, Sie bieten wichtigen Service für Ihre Neu- und Bestandskunden und öffnen den Familienverbund über aktives Notfallmanagement. Sie steigern die Kundenzufriedenheit weiter durch diesen Service natürlich und optimieren Ihr Image. Sie begleiten als Moderator Selbstständige in Workshops bezüglich digitalen Notfallordner. Das ist das Workshop Honorarmodell. Und Sie erzielen mehr Umsatz auch im eigenen Kerngeschäft. Denn das Empfehlungsverhalten aus den Bereichen Notfallmanagement, aber auch aus dem rechtlichen Bereich, zum Beispiel der Vorsorgevollmacht, ist wesentlich besser als aus der Finanzdienstleistung. Inhalte, welche Vertretungs- und Notfallsituationen können vorkommen. Verpflichtungen und Abhängigkeiten im Familienverbund werden erörtert, für wen Notfall- und Generationenmanagement wie anzuwenden ist, also sozusagen ein How-to, wie mache ich es am besten, wie bringe ich es auf die Straße, wie die Individualisierung mit modernen Werkzeugen aussieht, wie Sie das Thema erfolgreich vermarkten können, welche Rolle Notfallmanagement für die Selbstbestimmung von Familien spielt und wie Sie Beratungs- und Honorarmodelle umsetzen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Nutzen für Ihre Kunden, bewahrende Selbstbestimmung für Familien und Selbstständige, Entlastung für Familienangehörige im Falle eines Falles, Zugang zu allen wichtigen Informationen im Notfall für Angehörige, Stichwort Notfallordner, das Ganze digital. Transparenz im privaten wie beruflichen Bereich, digitaler Notfallordner, Notfall-App, die ganz wichtige Notfall-Hotline für individuelle Unterstützung, das erledigen wir, das heißt, diese Hotline besteht, ist bewährt und die können Sie nutzen. Selbstständige, Absicherung für den Notfall, Transparenz und Handlungsanweisung, Unterstützung und Begleitung in Workshops. Motto, endlich erledigt. Bewährte Wege in den Familienverbund, das ist das Ziel für Sie, aus vertrieblicher Sicht, wenn man so sagen will, oder aus Business-Entwicklungssicht. Die Frage hier, warum Sie als Finanzdienstleister mit Notfallmanagement arbeiten sollten, eine Idee sollten Sie an der Stelle jetzt schon haben, wie Sie außergewöhnliche Vertriebseffizienz über die Familienstrategie erreichen. Das erklärt sich von selbst, alleine wenn Sie dieses Bild hier anschauen, also das hier wäre Ihr Kunde und von dem aus haben Sie ein Potenzial, das sich in diese Richtung bewegt, der innere Familienverbund und der äußere. Und dieser Familienverbund stellt sich natürlich sehr interessant dar, nämlich zum einen im inneren Zirkel mit einigen Personen, also Partner, Partnerin, Kinder, erwachsene Kinder, Geschwister, aber auch Eltern. Und im erweiterten Bereich kommen Sie hier relativ flott auf über 20 Personen mit einem sehr sinnvollen und aber auch möglichen Empfehlungspotenzial. Dieses Dreieck, Finanzen, Recht, Notfall, mit dem entsprechenden Service, den Sie anbieten, natürlich mit unserer Unterstützung, der wird Sie in eine Empfehlungsschleife in diesen Familienverbund hineinbringen. Ein anderer Punkt, es ist ein Masterclass-Kurs. Die Frage ist natürlich, was ist Masterclass? Die Masterclass-Seminare, übrigens eine eingetragene Marke der Jura Direkt Akademie, sind ausschließlich praxisorientiert. Sie fordern Sie auf recht hohem Niveau. Wissen ist so gut, wie es anzuwenden ist. Wir hören natürlich auch nicht auf nach so einem Masterclass-Seminar. Die Erfahrung zeigt einfach, dass die Wirkungsgrade von Fortbildungen sehr, sehr gering sind. Deswegen lassen Sie erst mal im Seminar die Hosen runter. Das heißt, es wird richtig anstrengend. Das soll es auch so sein, denn nur solche Dinge bringen Sie weiter. Und dann zeigen wir, wie es in der Praxis weitergeht und wie Sie dort Umsatz erzielen. Wir begleiten Sie einfach kostenlos danach weiter. Einmal im Halbjahr gibt es einen gratis Masterclass-Tagesworkshop. Regelmäßig veranstalten wir Online-Coachings. Alle 14 Tage laden wir Sie dazu ein, tauschen uns aus, erklären Ihre Fragen, beantworten Ihre Fragen und geben Ihnen ganz neue Informationen aus dem Markt und der Branche. Und Sie erhalten eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, Sie können den ganzen Kurs wahrnehmen und danach erklären Sie uns schriftlich einfach mit Ihrer Bewertung und mündlich gegenüber mir, dass Sie mit dem Kurs quasi nichts anfangen können oder das für Sie nichts war oder was auch immer. Sie sagen das einfach und Sie bekommen am nächsten Tag Ihr Geld zurück. Bewährte Konzepte. Es geht darum, wirklich neue Wege für Sie als Finanzdienstleister und für Konzeptberater mit einem starken Partner umzusetzen. Ziel Nummer 1 ist, kluge Wege in den Familienverbund zu beschreiten. Da geht es immer um generationenübergreifende Beratung und Aufklärung, über Notfallmanagement mehr Umsatz im eigenen Geschäft erzielen und in das Thema Vorsorge-Dreieck eintauchen und das für seine Kunden in seinem Markt platzieren. Es ist allerdings, und das macht auch die Erfahrung, sagt uns das mittlerweile schon, dass es nicht für jeden geeignet ist. Voraussetzung ist aus unserer Sicht und Erfahrung, dass Sie Konzeptberatung betreiben, betreiben möchten oder das für Sie interessant und spannend klingt und Sie vielleicht das, was Sie bisher als Produktverkauf, Produktberatung betrieben haben, gerne umstellen möchten. Es geht um die Zukunftspositionierung für alle, Finanzberater, Ruhestandsplaner, Financial Planner, Immobilienvermittler, Honorarberater, Generationenberater und Finanzdienstleister. Der Ablauf relativ klar, es geht los mit unserem Kurs, dreimal zwei Tage. Es geht danach weiter mit Online-Coachings und Live-Workshops kostenlos. Bei den Live-Workshops zahlen Sie lediglich die Tagungspauschalen, also die Verpflegung. Und dahinter steht ein ganzes Unternehmen mit der Jura Direkt GmbH, das Sie weiter begleitet mit seinen Teams, mit seinen Regionsverantwortlichen und mit seinen Werkzeugen, die Ihnen dann zur Verfügung gestellt werden. Die Trainer für den Notfallmanager, meine Wenigkeit, Jürgen Zirbig, Leiter der Akademie und Domenico Arnitsch, Inhaber der Jura Direkt Akademie und Geschäftsführer der Jura Direkt GmbH. Konditionen, was ist drin? Vor dem Kurs geht es schon los. Also wir machen nicht nur danach weiter, sondern fangen schon davor an, damit sich das Ganze ein bisschen ausgleicht. Sie erhalten kostenlos Mein-Ziele-Workbook, Wert knapp 30 Euro. Das macht Sinn, vielleicht beginnen Sie damit mal Ihre Ziele zu überdenken, schriftlich mit der Hilfe dieses Workbooks. Das bringt Sie bestimmt immer ein kleines Schrittchen weiter. Dazu ein Basis-Videokurs Prinzip Generationenberatung mit allen Inhalten zur Auffrischung oder für die, die es noch nicht gemacht haben, zur Erstlernung aus dem Generationenberater IHK. Der Wert 499 Euro bekommen Sie kostenlos, wenn Sie diesen Kurs wählen. Darin die Themen Pflegeversicherung, Todbeerdigung, Vollmachtenverfügungen, Erbensteuern, Versicherungen und Steuern. Kursphase, dreimal zwei Tage intensiv, extra Prüfungswebinar bis zu drei Webinare extra nach Teilnehmerwunsch. Das entwickelt sich immer in den Webinaren, in den Seminaren selbst, an den Tagen. Ich gebe Ihnen so ein Beispiel. Da hatten die Teilnehmer den Wunsch, mehr zum Thema Social-Media-Einsatz für regionale Werbung zu erfahren. Dann haben wir dazu ein Webinar organisiert und durchgeführt, kostenlos ergänzend zu unserem Kurs. Dazu kommen manchmal noch Überraschungsboni, also kleine Dinge, die wir entdecken oder auf die wir aufmerksam gemacht werden, die wir dann auch einfach noch dazu packen. Danach, wie Sie schon wissen, kostenlose Begleitung, Gruppencoachings, halbjahres Live-Workshop, Unterstützung durch die GmbH, Masterclass-Betreuung. Also auch dort bevorzugte besondere Betreuung, wenn Sie Kooperationspartner sind. Vergünstigungen für Werkzeuge und Tools, wie zum Beispiel Spezialwebseiten für Finanzdienstleister und Ähnliches. Der Masterclass-Mehrwert beträgt pro Jahr rund 3.500 bis 3.800 Euro. Die Kostenseite, Ihre Investition als Teilnehmer und Nicht-Kooperationspartner 2.490 Euro. Dazu kommt immer das Thema TÜV-Prüfungsgebühr 250 Euro und die TÜV-Gebühr für die Verwendung des Siegels. Das ist aber optional, das müssen Sie nicht tun. Da geht es um dieses Siegel. Wenn Sie das einsetzen möchten, kostet das an den TÜV nochmal ein paar Euros. Das Ganze ist Mehrwertsteuer befreit, inklusive Tagungspauschale. Dann für Kooperationspartner 1.992 Euro, also 20% Rabatt, wenn Sie Jura-Direkt-Kooperationspartner sind. Und sind Sie schon Masterclass-Mitglied, erhalten Sie nochmals 10%. Auch das eben ein Vorteil der Masterclass-Mitgliedschaft. Masterclass-Mitglied werden Sie quasi automatisch und kostenfrei, in dem Moment, wo Sie einen Kurs von uns gebucht haben, teilgenommen haben und dabei bleiben. Dann sind Sie Masterclass-Mitglied. Hier also nochmal günstiger für Teilnehmer Nicht-Kooperationspartner 2.241 und für Teilnehmer Kooperationspartner 1.792. Kundenstimmen rund um das Thema Notfallmanager. Sie erinnern sich an den Brief von vorhin. Also die Kunden sind hochgradig zufrieden und froh, dass sie so einen Service in der Notsituation zur Verfügung haben. Auch das wird auf Sie natürlich positiv zurückfallen. Kundenstimmen, die das Thema aus dem rechtlichen Bereich, insbesondere dort Vorsorgevollmachten, erledigt haben. Hier geht es immer um das gleiche Thema. Aus welchen Gründen, ich auch immer, schiebt man das Ganze vor sich her. Letztlich, wenn es dann zügig erledigt ist, hat man ein sehr gutes Gefühl und ist erleichtert. Auch hier unten, der Infoabend hat mich sehr überzeugt und ich habe sofort mich entschlossen, einen Termin bei Herrn Sohnsucher zu vereinbaren. Ich bin sehr zufrieden und die Last ist von meinen Schultern genommen. Sie hat sich aufgelöst. Eine Partnerstimme, wie kann man Erfolg mit diesem Gesamtkonzept haben, insbesondere mit dem Ansatz der Konzeptberatung. Hier heißt es eben, der Kundenkontakt kam über die Empfehlung des großen Steuerberatungskanzlei zustande. Das Thema Vollmachten und Verfügungen wurde über Jura direkt abgewickelt. Es kam darauf hin zu einem Beratungstermin, in welchem noch zahlreiche wichtige Punkte angesprochen werden konnten. Heraus kam schlussendlich neben den Vollmachten und Verfügungen die Übernahme des gesamten Versicherungsbestandes der Firma durch die Versicherungsmakler der GFA-Finanzberatung GmbH. Also dieser Link, was wir vorhin auch schon mal genannt hatten, aus diesem Vorsorge-Dreieck, wie Sie es auch hier an den Pfeilen sehen können, die Links in die Finanzberatung, in die Finanzproduktverkäufe zu bekommen, ist sehr gut gewährleistet. Die Erfolgsgarantie erneuere ich gerne nochmal. Sind Sie also nicht zufrieden nach dem Kurs, erhalten Sie Ihr Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Schauen Sie sich um auf juradirekt-akademie.com. Dort finden Sie unsere Kurse. Wenn Sie sich heute anmelden möchten für den Kurs Notfallmanager, dann erhalten Sie 10% Rabatt. Wer schnell ist, der erspart. Ihr Rabattcode in diesem Fall heute 10. Diesen Rabattcode geben Sie ein im Anmeldeformular unter dem Punkt Sonderrabatte. Für Ihre Umsatzerweiterung, die Termine finden Sie unten klicken und kostenlos anmelden und denken Sie daran, wenn Sie es heute tun, heute 10 und 10% sparen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und dass wir Sie dann auch persönlich kennenlernen. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.